Ja, hallo und herzlich willkommen bei Braun Multimedia. Uns gibt es jetzt auch in 360 Grad und um das Ganze so ein bisschen publik zu machen, habe ich mir gedacht, ich veröffentliche gleich mal ein 360 Grad Video auf unserem tollen Facebook-Kanal. Und das Schöne ist, ihr könnt mich jetzt einfach mit eurem Handy weiterverfolgen, wenn ich euch mal mein Büro zeige. Das sind einmal hier meine Gitarren und mein Audio-Equipment. Hier noch jede Menge Isolation, dass der Sound hier im Raum auch passt. Und dann noch ein bisschen weiteres Audio-Equipment, somit komponiert. Mein wunderschönes Fenster nach draußen, falls ihr euch fragt, wo wir sind. Das ist die Rose Straße 19 in Bayreuth. Von außen sehr guter Tempo, habe ich mal eine schöne Fensterbeklebung. Und dann haben wir hier auch gleich meinen Arbeitsplatz mit allem, was ich brauche. Inklusive meiner kleinen Sprachkabine, wo ich Audioaufnahmen mache. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Gitarren. Und einmal um den ganzen Raum sozusagen rumgelaufen. Und ihr konntet mich, wenn alles geklappt hat, schön mit dem Handy mitverfolgen. Also nicht vergessen, jetzt auch Braun-Mutivita in 360 Grad. Ich sag tschau und bis dann. Dazu kommбы, dafür zuerst聞lagen, BUR Groups und Punk. skin. Wann wunderschönen? Vielen Dank.